und parallel zu der ganzen die story passiert darauf dass du quasi ein abenteurer bist du suchst du deine rasse klasse und alles selber aus und du gehst da in ein königreich und dieses königreich ich habe soll ich das jetzt erklären die staaten einfach nicht fest du sollst den sogenannten hirschkönig töten und wer den hirschkönig tötet darf diese ländereien behalten oder behältst du diese lande ein und fängst an ein kleines dorf aufzubauen das zu der stadt wird und immer weiter und immer weiter bis hin dass es am ende ein eigenes königreich ist und parallel zu diesen rumlaufen ich töte monster und alle die quest hast du ein eigenes königreich dass du noch verwalten musst ja es klingt cool bis du es machst denn wenn du es anfängst zu machen fängt das an in arbeit auszuarbeiten weil du mindestens einmal die woche in gangzeit in dein eigenes königreich zurückkehren musst um dort gewisse aktionen auszuführen allerdings musst du nicht komplett in deinem dorf zurück es reicht wenn du einen gewissen radius drin bist um es zu vereinfachen was nichts daran ändert jeder spieligkeitsgrad ist es eine absolute katastrophe ok das klingt jetzt also schon so weit ganz cool ja aber wenn du irgendwann beschließen solltest dieses spiel zu spielen ich habe es zumindest vor ich habe es also namentlich kenne ich es auf jeden fall ich glaube ich habe das auch irgendwo auf irgendeiner liste drauf dass ich es mal spielen wollte ja mir geht es nur um folgendes wenn du planen sollte ist es irgendwann mal spielen zu wollen bitte bedenken dass du mit unter 100 stunden durch das spiel nicht durch bist ich glaube damit komme ich klar ich habe viel viel zeit in sehr sehr viel in sehr vielen spiel verloren ich weiß gar nicht was das spiel mit den meisten stunden bei mir ist ich weiß welches das ist echt also aktiv bei steam weiß ich dass es faktorio ist da habe ich über 3000 stunden reingesteckt boah nicht schlecht nicht schlecht also ich glaube außerhalb von steam würde ich auf minecraft tippen ich glaube außerhalb von steam ist es tatsächlich sims 4 erstaunlicherweise ne neben final fantasy 10 neben skyrim das sind die außerhalb von steam in steam müsste es auf jeden fall elder scrolls online sein den rest weiß ich tatsächlich gerade gar nicht aber er lässt sich ganz einfach nachgucken ach mal ich halte dich nicht aus äh so alle spiele ja elder scrolls online ist auf jeden Fall mit 440 stunden dabei planet zoo äh civilization 5 feathering online dann auch hier drin skyrim nur hier drin habe ich weniger stunden in skyrim als auf der ps3 auf der ps3 bin ich bei knapp 700 stunden skyrim und hier bin ich bei 173 süße zarte 173 stunden ich würde aber sagen das ist noch immer nicht viel im verhältnis zu meinen faktorium ja das stimmt aber ja gut vorher ja den steam besitze ich auch noch gar nicht so lange naja lang bin ich denn bei steam wo sieht man das noch nicht glaube bei den abzeichen oder Ja gut, fünf Jahre bin ich bei Steam So viel zum Thema nicht, aber Ja, davon habe ich die ersten zwei Jahre glaube ich kaum was gespielt Da war ich nur relativ unschuldig Da habe ich meine Zeit auf Konsolen verbracht Ähm Da floss bei mir noch nicht noch nicht mal so viel Geld, dass ich mir überhaupt irgendwas leisten konnte, da hatte ich einen kleinen Taschengeld Satz von dem ich mir dann vielleicht so mal ein paar günstige Spiele gekauft habe Und ja, dann irgendwann als ich gesehen habe, oh ja, ich habe ja ein bisschen mehr Geld Hm, ne? Oh, wo ist das Geld plötzlich hin? Ach ja Hm, ja, das Spiel, das Spiel, das Spiel Ach, huch, hoppala Ah Mensch, da war doch was Warum mache ich das eigentlich? So, wo ist... Wo sind meine Flüchtlinge? Auf dem Schiff Entschuldigung Tatsächlich, ich such gerade einen Flüchtling Ich finde der nicht Ich finde alles aber nicht Der Flüchtling ist das ja da hinten Aber ich will da nicht in die... Ja, da hinten sind sie Aber ich will nicht in die Sequenz rein Ja, warum ist das ein Flüchtling? Ach ja, weil er vor dir flüchtet Ja, wahrscheinlich Weißt du, ich habe erstmal so die Haupt... Na gut, die Hauptstadt habe ich nicht in Brand gesetzt, aber... Ich habe es, äh, mit begünstigt und jetzt, äh, flüchten alle von mir Wie immer Die nehmen alle Reis aus So, Tachil Flüchtlinge Schön, ihr sprecht mich direkt als erstes an Das ist doch gut Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Nein Er hat strohblondes Haar Sommersprossen auf der Nase Das ist der Hammer Ein Kind von zwölf Wintern Nein Tut mir leid Also wirklich ein alter Mann, der da gerade spricht Ich habe mir vorher gemacht, damit er durch den Nebel findet Ich habe mir vorher gemacht, damit er durch den Nebel findet Ich habe mir vorher gemacht, damit er durch den Nebel findet Ein geliebter Sohn Wie spricht er mit einer Stimme von einem 19, 20-Jährigen Ich suche die Striege, die irgendwo ihr Versteck hat Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Nebel? Der hat eine richtig junge Stimme Die Striege lebt in der Gruft Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut Sie lässt euch in Ruhe Einmal hatte sie es auf mich abgesehen Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter Ja, das ist jemand, der die Pubertät verschlossen hat Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat Es war grauenhaft Erzählt mir davon Das Geile ist, vor einigen Spielstunden Da bin ich an einem Mann vorbeigelaufen Und der hat dann plötzlich in einer Frauenstimme mit mir geredet War auch lustig Moment, hast du jetzt ernsthaft ein Problem mit Transgender? Nein! Nein! Ja, ich will ja wohl jetzt hoffen Nein! Aber im ersten Moment, wenn du ständig an der gleichen Person vorbeiläufst Bin ich aus der Stadt geflohen Und plötzlich redet sie weit nicht Dann dachte ich auch nur so Zum Glück ist König Faltes zurück Ja, nee, ist okay Da hat es zu Transgender gewechselt Darüber darfst du dich nicht lustig machen Wenn du dich über irgendwas lustig machen möchtest Dann mach was über Idioten Du darfst dich über Idioten lustig machen Denn die sind keine Minderheit mehr Ja, das stimmt Das stimmt Habe ich auch letztens irgendwo gelesen Du zu sein ist richtig schwer Die Konkurrenz ist echt groß Ich glaube, wenn ich eine Liste führen müsste Ich würde so schnell nicht mehr aufhören So von Privatpersonen, die ich da so in meinem Leben bisher kennengelernt habe Ja Ähm, meine Frau arbeitet im Einzelhandel Ach du grüne None Ja, ich kann es bedenken Nein, kannst du nicht Nein Noch schlimmer? Noch schlimmer? Pass mal auf Ähm, alles was mit Hygieneartikel zu tun hat Wann darfst du die Sachen umtauschen und wieder zurückgeben? Oh Gott Da habe ich tatsächlich keine Ahnung Aber ich, ganz ehrlich Ich habe in meinem Leben noch nie was zurückgegeben Du darfst es immer zurückgeben Solange du es nicht benutzt hast Ja gut, ja doch Heute kam eine Frau, eine ältere Frau bei meiner Frau in den Laden Und wollte den Rasierer zurückgeben Den der Mann jetzt drei Monate benutzt hat Weil der ist ja mit Kabel, mussten wir verstellen Nicht mit Akku Okay Nach drei Monaten benutzt Meiste Fällt ihm plötzlich auf acht Jahre ersten Kabel Mhm Ähm Ja Es ist etwas faul im Starte, Timmerien Höchste Zeit auszuwandern Ich gebe nie wieder eine Anderlinge Arbeit Ja gut, ne So viel dazu Oh, werter Herr Ich würde niemals auf die Idee kommen Sowas dann noch zurückgeben zu wollen Hundertprozentig war das Ding einfach kaputt Und sie dachte, sie könnte, würde damit durchkommen Nein, nein, das hat funktioniert Echt? Ja, ja Okay, dann ist es noch dümmer als gedacht Genauso haben jetzt heute mehrere Leute bei denen an die Einlagstür geklopft Ja, wann macht ihr denn auf? Der Lockdown ist doch jetzt vorüber Und habt ihr die fünf Kiefer als gereist? Nein, ich für dich Hm Ja Das wäre mir jetzt auch neu Ja, weil je nachdem, welche Inzidenzzahlen du hast Sind die Geschäfte jetzt wirklich offen Mhm Aber in den einen Bundesländern darfst du schon so rein Da geht es auf Quadratmeter, wie viele Leute rein dürfen Bei anderen Inzidenzwerten geht es darum, nur mit Terminen Und, und, und Da ist es ja überall anders Ja, da hatten wir ja Ich wohne ja in der Nähe von Hannover Beziehungsweise, was heißt in der Nähe, aber Hannover ist halt die nächstgrößere Großstadt Und, äh, da hat, hatte ich jetzt in der Zeitung gelesen Dass, äh, wir eine Inzidenz von über 100 haben Die Möbelhäuser bei uns Sich aber dennoch dazu entschlossen haben, zu öffnen, was sie gar nicht dürfen Weil wir ja über 100 sind Also, ne, da dachte ich auch so Leute, ja, gut, schön Ich weiß, ihr wollt öffnen, aber Ne, haltet euch auf wenigstens dran So Ach, nee Ich meine, ich kann jeden verstehen, der gerne seinen Laden wieder öffnen möchte Aber so sind die Zeiten jetzt halt einfach Man kann ja nicht sagen, ach, nö, mach ich jetzt trotzdem Einfach, weil ich die Lust, Laune hab, das jetzt zu tun Ist genauso, äh, gut Die Floristen dürfen ja jetzt auch wieder arbeiten Äh, ich würde auch Also, pass auf, lass uns dieses Thema jetzt hier einfach abbrechen Weil ich könnte jetzt auch unendlich viel dazu sagen Aber das geht Richtung Politik Und sowas ist in dem Stream immer blöd Für dich, für alle anderen Ja Ja, also, so, 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 so ein bisschen Kann man ja immer drüber reden Weil es ja gerade danach, äh, die Zeit ist, aber Du hast recht, äh, bis zu einem gewissen Punkt Ja, danach, ja Sollte man das wirklich privat machen Vor allem, weil ich ja jetzt auch noch nicht so, so groß bin Dass ich da großartig, ne, Freiraum habe Oh, ich verfolge das Ganze seit Monaten Also, ich bin da ziemlich weit mit drin Ja, ich kriege das halt durch meinen Freund immer ganz viel mit Durch die Firma, die da am Laufen ist Und, äh, ja Das Einzige, was ich halt so an Einbußen habe Ist halt, dass ich meine Familie halt so nicht sehen kann Äh, gut Jetzt geht's ja wieder Jetzt, äh, darf ich sie Kann man sich ja wieder sehen Ähm Zumindest halt Familie Bis, ich glaube, vier, vier oder fünf Personen waren das Aus zwei Haushalten, glaube ich Kinder nicht mit eingerechnet Ja, ja Das heißt, äh, meine Großeltern dürfen Gott sei Dank wieder zu mir kommen Oder halt zu uns Und, äh, da haben wir auch dann gesagt Gut, okay, wir warten das Ganze dennoch ein bisschen ab Ähm, und haben uns jetzt für Nächste Woche verabredet Zum Kuchenessen Und du kannst dir nicht vorstellen Oder doch, wahrscheinlich kannst du es Aber ich freue mich so sehr Die wiederzusehen Weil Das ist so etwas Das hat mich wirklich runtergezogen Einfach meine Familie nicht zu sehen Also ich habe meine Eltern Meine Mutter jetzt zum Beispiel Immer wieder gesehen Wenn meine Kinder Geburtstag hatten Weihnachten, etc. pp Wir haben dann halt Die Leute, die vorbeikommen Immer voneinander getrennt Heute dürfen die Heute die Was Auch nicht so ganz das Gelbe Vom Ei ist Und am Ende hast du sowieso Am Ende der Woche Zehn Leute gesehen Sag ich mal So viel war es natürlich nicht Aber du weißt, was ich meine Ja Aber meine Oma zum Beispiel Habe ich jetzt Seit über einem Jahr nicht gesehen Das habe ich euch denn getan Ne, innerhalb von einem Jahr War ich einmal da Okay Einmal war ich da Ich weiß gar nicht Haltet ihn auf Da muss ich aber tatsächlich Meine Mutter für verantwortlich machen Haltet ihn auf Echt? Mhm Weil ich wollte mit meinen Kindern Da vorbeigehen Damit wir mal wieder Meine Oma sehen So Sprich Die Uroma Nein Da darfst du mit den Kindern nicht gehen Warum? Wenn die Corona infiziert sind Du kannst alleine kommen So Moment Wenn die Kinder Corona haben Bin ich auch infiziert Dann stecke ich Nein, nein, nein Die Kinder dürfen nicht Pass mal auf Ich will da trotzdem nicht hinkommen Wenn du zur Oma gehst Dann mache ich dich für ihren Tod verantwortlich Ach, du grünen Neuner Dafür Weißt du was Ich komme nicht vorbei Kein Problem Du willst das nicht Ich bleibe zu Hause Ja Ja Und jetzt jammert sie Seit Monaten Warum besuchst du nicht die Oma? Ja Also Meine Großeltern selber Haben für die komplette Situation Alles Verständnis So Dann meine Eltern Dann das andere Extrem Auf der einen Seite Sagen sie Ja Okay Regeln und so Sind alle in Ordnung Sind alle wichtig Und dann wieder auf der anderen Seite Beschweren sie sich In einer Tour Und tun so Als wenn sie halt zu den Leugnern da gehören Wo ich mir auch denke Alter Den Stuss Den ihr Wo man es halt von euch gibt Am besten ist es Ja Seid einfach mal kurz ruhig Ich kann mir das nicht mehr anhören Und dann auf der Wieder anderen Seite Ja Wir halten uns ja immer dran Und ich Ich habe Ich 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 Diskutieren Weil mir wurde das sowas von Blöd Also Ich Kenne deine Eltern nicht Und ich will ihnen auch nichts Böses Aber diese Aussage Wir halten uns immer dran Nein das stimmt nicht Nee Also Ich Oh Gott warte mal Wann war ich das letzte Mal einkaufen Ich war schon Ewigkeit nicht mehr einkaufen Ich habe mich ja komplett isoliert gehabt Aber Für mich ist das halt auch nicht so wichtig Freunde zu treffen tatsächlich Also mein Freundeskreis ist nicht groß gewesen Doch Oh jetzt noch nicht Mir reichen die die ich habe Und die Mit denen kann ich wunderbar zocken Und Ne Bin ich voll und ganz zufrieden Wichtig war mir halt immer Dass ich meinen Freund sehen konnte Jetzt bin ich ja zu ihm gezogen Gott sei Dank Seit Seit Monaten So da waren War mir das alles so ein bisschen Egal So weil Ich habe weit vor der Tür Wenn ich raus will Gehe ich da hin So Stadt War eh nie meins Wozu sollte ich da hin gehen Also an sich Habe ich selber Keine großartigen Einbußen Aber andere halt Ich bin damit hier Ziemlich von vor Ich bin auch nicht gerade so Der Mensch der viele soziale Kontakte braucht Also Klar So Mal eine Feier im Jahr Klar Ist halt Schon blöd Wenn es mal nicht stattfindet Aber Ehrlich gesagt so die Ruhe Es kommt mal nicht jedes Mal Irgendeiner vorbei Es gibt keine großartigen Saufpartys Du musst dir kein blödes Gelaber Von irgendjemand anhören Ich bin aber in einer ganz anderen Lebenssituation Wie du Für mich ist es nicht so schlimm Ich habe aber zwei kleine Kinder hier Beide unter 10 Jahren Und für die ist es das Schlimmste Ja ein paar Tagen hat meine Tochter Geburtstag Und ja Lange Rede kurzer Sinn Es wird nur eine einzige Freundin eingeladen Ja aber bei meiner Schwester Also Zwischen meiner Schwester und mir liegen 20 Jahre Unterschied Die ist jetzt letztes Jahr im November Vier Jahre alt geworden Und da war es halt bei uns wieder so Dass halt die Zahlen wieder enorm gestiegen sind Das heißt Ich konnte nicht zu dem Geburtstag meiner Schwester Und sie konnte halt auch keinen einladen Die einzigen die da waren Waren meine Großeltern So und ich bin dann natürlich wieder auf der Strecke geblieben Ich glaube ich habe meine Schwester letztes Jahr Ein einziges Mal gesehen So Und dieses Jahr bisher ja auch noch nicht Und das ist so schrecklich für mich Nicht an ihrem Geburtstag dabei sein zu können Und sie kann ja auch Ihre ganzen Freundinnen Konnte sie nicht einladen Weil sie wollte es dann auch nicht so machen Weil geht ja schon in den Kindergarten und alles Sie wollte es dann aber auch nicht so machen Dass sie nur eine einladen Einladet Weil dann wären die anderen wieder einversüchtig gewesen Also War es dann halt so Okay gut Wird nicht gefeiert Nur mit der Familie So Und dann hieß es aber auch Ja Ne Familie auch nur noch begrenzt Ja Bin ich halt auf der Strecke geblieben Und dann haben sie halt gesagt Gut Ja Holen wir dann so weit Sobald es irgendwie möglich geht Holen wir das dann nach Zu Weihnachten haben wir das dann auch gemacht Da sind wir dann einfach nur Weil man durfte sich da gar nicht mehr treffen Wir haben es dann nur noch so gemacht Wir haben halt eine Übergabe gemacht Zwischen Führung und Angel Dann Mehr als eineinhalb Meter voneinander entfernt Haben dann halt geredet Das einfach nur ausgetauscht Und Ja haben es dann so gemacht Dass wir halt per Videochat Oder halt per Video gemacht haben Dass wir die Befährung halt gegenseitig gesehen haben Das heißt ich habe gesehen wie sie die Geschenke ausgepackt hat Und sie bei uns Und ja das war dann so ein kleiner Trost Aber halt nicht dasselbe Als wenn man halt direkt in einem Raum sitzt Miteinander kuscheln kann So und einen schönen Abend zusammen verbringen kann Weil sonst habe ich ihr dann auch immer was vorgelesen Oder wir haben gespielt Ja das fehlt halt alles Und sie ist Ja vier Jahre Für dieses Jahr fünf Sie hat doch keine Ahnung Großartige Ahnung Was da draußen eigentlich passiert Klar sie weiß Okay da ist irgendwas Komisches im Gange Aber Das versteht sie ja nicht Egal Wie gut sie das alles aufnimmt Aber Kann so ein Kind noch gar nicht Begreifen Und das ist so schlimm für sie Dass sie halt nicht mit anderen spielen kann Und so wird es ja mit deinen Kindern ja genauso sein Und von anderen Leuten Also die Die Kinder tun mir am meisten leid Die sind die Leidtragenden Ja ich habe ja Ich habe ja jetzt das Glück Dass ich zwei Kinder habe Die vom Alter zweieinhalb Jahre Knapp etwa zweieinhalb Jahre auseinander sind Und die können auch miteinander wenigstens was anfangen Ich habe aber auch eine Frage Ja persönlich Musst du natürlich nicht antworten Wenn du nicht willst Aber Was hat deine Eltern bewegt So viele Jahre später Noch ein zweites Kind zu kriegen Ähm Also Meine Wie gesagt du musst dich antworten Das ist ja Also für mich selber ist es nichts Schlimmes Meine Eltern waren kurzzeitig getrennt Weil sie halt Wirklich sehr großen Streit hatten Ähm Wo es auch verständlich war Dass sie Gesagt haben Gut okay Schluss Sie hatten sich halt nur noch nicht scheiden lassen Aber sie waren halt In zwei verschiedenen Wohnungen Haben gesagt Gut nö Wollen wir nicht So Du kannst mir gestohlen bleiben Und Meine Mutter hatte dann halt einen Freund Und Der Freund war halt Dagegen Zu verhüten Und meine Mutter war Anscheinend an einem Abend Etwas zu blöd Äh Ich liebe meine Schwester Aber in dem Fall Äh Ja Ne Nach so vielen Jahren Bei ihr war es bei mir schon eine Risikoschwangerschaft Und bei der Kleinen erst recht Und Ja Dann Ist es halt passiert Und Mama Oder meine Mutter hatte dann halt die Wahl Wollen wir Wollen wir nicht Und Ja Sie wurde dann aber quasi sitzen gelassen Wieder Weil er keinen Bock drauf hatte Und Dann 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 war Schwesterchen da Aber Ja Jetzt äh gottseidanker Oder Naja bis zum gewissen Punkt gottseidanker Haben sich meine Eltern dann Wieder zusammengerauft Kleiner hat nen Vater Und Äh Parkpfeiler Sag mal Weil du kannst ja den Geburstermin so Pi mal Daumen ja einigermaßen ziemlich genau Mittlerweile ausrechnen Und so Und Dann war es halt so weit Da habe ich meine Mutter noch angerufen Da habe ich gesagt Pass auf Wir machen uns jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus Es ist jetzt soweit Dann habe ich meinen Sohn Bei meiner Mutter abgegeben Und dann mit meiner Frau weiter Richtung Krankenhaus Weil meine Mutter wohnt da quasi deckt um die Ecke Ja und dann lag sie da in den Wehen Und dieses und jedes Und meine Mutter hatte auch noch ausgerechnet irgendwie Spätschicht Ja und war für sie alles soweit in Ordnung Kein Problem Aber Ja dann saßen wir da im Kreißsaal Irgendwann mitten in der Nacht Und ich dann so Mir ging es dir nichts zu meiner Frau Wie in die Hebamme daneben stand Ja pass auf Jetzt musst du dich langsam sporten In der Dreiviertelstunde muss ich zu meiner Mutter Den Jungen abholen Weil die muss dann zur Arbeit Die Hebamme guckt mich total schock Also wirklich Das können sie doch ihrer Frau so nicht sagen Fünf Stunden später war das Kind da Ja Oh Mann Meine Lieblingssachen Ich weiß noch damals wie meine Schwester Dann aus dem Kreißsaal gekarrt wurde Weil meine Schwester war halt ein Frühchen Und ich glaube sie kam Ein oder zwei Monate kam so zu früh auf die Welt Und sie war so klein Ich hatte die ersten Male richtig Angst überhaupt zu halten Weil ich dachte das Kind zerbricht in meinen Armen Das war so ein kleines Ding Das war unglaublich Weil ich war nie Fan von Kindern Nie Bis ich meine Schwester gesehen habe Und danach war ich vernaht Das war bei uns auch immer so eine tolle Sache Ich hatte auch immer Angst Wenn so ein kleines zermächtliches Ding da in mein Leben kommt Fast so dass du das einmal anknackst Ist der Arm abzulockt Ich habe aber noch ein paar Jahre Gut Mein Freund hätte gestern gern welche Aber wir sind teils sieben Jahre auseinander Und ja Er kommt aber noch früh genug zu seinen Sein Kinderchen Zu unseren Kinderchen Sofern alles natürlich So bleibt und nichts Dazwischen kommt Man weiß ja nie so was das Leben so bringt Es kann immer Krankheit dazwischen kommen Es kann Privates dazwischen kommen Ach Gott was alles passieren kann